Gibt's ja nicht. Also das Questmarkersystem, ne das ist manchmal echt scheiße. Wiiiii. Da ist wieder der Jetpack-Guy. Thermoparasit. Seid wir da richtig? Dürfte diese Richtung sein. Warum wird man das nicht markiert? Boah, warum das für ein fettes Tal? U.C. Sairus. Oh, ich bin so viele Menschen sind gestorben als diese UC-schefe zerstört wurden. So ein Fenner? Ah, du bist auch schon. Unglaublich wie das Schiff aussieht, als wir es von innen heraus zerflippt wurden. Wir haben eine biologische Reinigung eliminiert. Passwort benötigt. Sprachsteuerung entsperrt. Versuche wiederaufnahme. Versuche wiederaufnahme. Schauen wir den doch. Diese Birnetomate. Unbedingt das, was er wirklich braucht. Die Niveau ungenügend. Albert. Drei. Genötigt. Typ. Mikrozelle. Fragen bei. Schrottplatz. Finde eine Mikrozelle. Kannst du mir sagen, wo? Wenigens können wir schnell reisen. Wir haben in Ordnung, es ist wieder der gleiche Typ, der war wieder ein Tausender dafür. Und jetzt ist auf einmal das Wegsignal wieder weg, ne? Sarah ist so ein Arsch, ne? Ich nehme das nächste Mal Vasco mit. Wasco ist netter. Wasco ist cooler. Wasco ist in allem besser, weil du... Ich finde eine Mikrozelle. Mikrozelle. Darf es was sein? Schön, dass die Schwotter die Max zerlegen. Ah, das war's also. Die Verlangenkriegsmaschinenbehörden aus der Geschichte getilgt. Thermoparasiten, oder? Diese... Aber eine Mikrozelle? Du könntest vermutlich eine mit unserem Fabrikationssystem hier zusammenschustern. Aber nur mit hochwertigen Bauplänen. Mhm. Hm. Ich würde mich auf einen Preisschock vor... Ah. Ich hätte das hier. Mikrozelle 12.073. Oh, das holen wir uns wieder. Haha. Definitiv. Ist ja nicht so, wie bei einem Leuten, ne? Da. Wollst du vielleicht... So... Keine Ahnung. Acht... Minigans? Und so ein Blauste kriegst einer. Ah. Ah, wie deri. Blömer. Claudia, das Klopapier. Das Problem ist, was du damit machst. Moment. Ah. Ach Gott. Ich verduf mich immer. Und wieder einmal zurück. Hier wäre mir doch bestimmt jemand. Ey. Das war ein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. What the hell? Ich mache kurz den Prozess. Na ja, genau. Wir haben darauf sehr schwer gestohlt. Weil wir geile Waffen haben wollen. Und jetzt letzte Mal gespeichert worden Die holten ganz schön gut aus Das muss man ihnen lassen So einer weniger Es geht gleich voll mehr Erfahrungspunkte Das stinkt extrem Na ja, weg ist er Oh, springt Guten Tag, Kaizir Er war bereit Für die Hilfe, ich muss die Major Sanon muss warten Aber frühere Entschärfungsversuche warten Mit zusätzlicher Unterstützung Sollte ich meine Mission Bitte diesen Ort Bitte verweigert Meine aktuelle Mission muss Sehr gut Wir müssen Einheit XE9 Folgen Sie mir Einmal Bayern Wahnsinn Seien Sie vorsichtig Bis Sie zweifellos zu sehen haben kann Diese Region für Organisieren Das nehmen doch einmal cooles Tempo Also Roboter-Range neuer als die anderen Find entdeckt Das zure 비elt Im d so 跟 Mile in den in den den die 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 Wo willst du hin? Weißt du den Cell oder den Gil kaputt mehr? Nein, ich hole den 4, der hat uns voll abgezockt. Weiter geht's, ich bin soweit. Ekliptik muss verzweifelt sein, wenn sie inzwischen schon im Schrott nach Mech-Teilen wühlen. Wo willst du hin? Engels, Engels-Schanze. Okay. Ich erkenne Einheit 99. Aber es liegt eine Komplikation. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Bergkampfs, aber sie scheint den Sensoren zu folge. Einzelner Unternehmen wie Ekliptik würde Einheit 9 und das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff. Ich stimme voll und ganz zu. Ein Frontalangriff. Das war knapp. Objekt lokalisiert. Leite Suche nach Feinden ein. Es reicht. Mal sehen, ob das Ding noch kämpft. Lass die Waffe frei! Was? Was ist denn? Wauw! Ganz kurz! Richtig. Auf und auf. Auf und auf! Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal ein paar andere Waffen aus. Es reicht. Er stinkt, er kämpft. Lass die Waffe frei! Sie haben eine Helleweite. Jetzt müssen wir alle ausschalten. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017